Und was nochmal der große Faktor ist, dass es sofort bei den Teilnehmern ankommt. Also weil es einfach so strukturiert aufbaut ist und da kann jeder mitmachen. Und das macht den Teilnehmern Spaß, das macht den Trainern Spaß, das macht einfach komplett allen Spaß. Und man hat einfach ein geiles Kursformat. Also ja, jeder ist glücklich. Mein Name ist Kathi. Ich bin hauptberuflich im Büro tätig. Und bin jetzt seit bestimmt fast ca. 10 Jahren Co-Bund-Fitness-Trainerin nebenher leidenschaftlich. Und unterrichte verschiedene Kursformate. Ganz findes Bauchbeine-Pro, Intervalltraining, TRX. Und ja, hab mich dann natürlich auch vor ca. 4 Jahren dann auch dazu entschieden, dass ich Hitterbeet-Brämerin werde. Weil mich das Kurskonzept vom ersten Moment an umgehauen hat. Weil es einfach geil ist. Also Hitterbeet ist geil, weil es wirklich alle Menschen mitnimmt. Egal welches Alter, es ist wirklich so durch das Level-System. Und ja, also ich hab's damals das erste Mal gesehen beim Love2Dance-Camp. Und da waren es bestimmt bei ca. 300 Leuten. Und es hat einfach jeder mitgemacht. Und dieses Feeling da. Ich hab gedacht, ich fall vom Glauben ab, dass es sowas gibt. Und ja, man kommt sofort mit. Man braucht wirklich überhaupt keine Erfahrung. Weil einfach die Schritte. Und es ist wirklich simpel zu mitmachen. Und ja, ich fand's einfach geil. Und es ist auch anstrengend. Und trotzdem, es macht mega Spaß. Die Zeit, die Bouget, die im Fluge, gerade weil es so Spaß macht. Und ja, und ich finde, es braucht so ein Kurskonzept. Dass es einfach vom ersten Moment an Spaß macht und nicht mehr aufhört. Also mich hat dann doch antrieben, dass ich die Ausbildung mache. Erstens mal nochmal, weil Mathilda mir wirklich dann auch nochmal, sag ich mal, du machst das jetzt. Und ja, und ich wollte es ja auch vom ersten Moment an, weil ich auch einfach gesagt habe, ey, ich will auch da vorne stehen und dieses geile Kursformat den Leuten auch mitgeben. Und das hier in unserem kleinen Dörfchen auf dem Land, weil ich das auch rüberbringe. Und ja, jetzt bin ich auch total froh, dass ich es habe, weil wir gehen alle mit. Und man braucht überhaupt keine Zweifel haben, die Ausbildung zu machen. Denn ihr habt es so super aufgebaut. Wenn es Fragen gibt, ihr seid sofort da. Man ist da so gut aufgehoben und man braucht wirklich gar keine Zweifel haben. Also ihr meldet euch sofort und man kriegt alles an die Hand, was man braucht. Deswegen braucht man überhaupt keine Zweifel haben, das zu machen. Einfach tun. Am besten an Hit-Deep-Beat finde ich, dass man erstens wirklich jeden Teilnehmenden kann man abholen. Es ist ein Level-System und es macht einfach total spannend. Und genau, was ich gut finde, ein ganz, ganz großes Ding. Erstens, für einen selber ist es nicht so eine große Vorbereitungsphase, denn man hat ja die Trainer-Area und man kann sich ja seine vier Übungen raussuchen, kann die anschauen und das finde ich halt gut. Also ich bin ein Mensch, der braucht Videos, der braucht Probleme und man kann die sich anschauen. Du kannst so schnell deinen Kurs vorbereiten. Du hast ja auch die Anleitung, wie es funktioniert. Und was nochmal der große Faktor ist, dass es sofort bei den Teilnehmern ankommt. Also weil es einfach so strukturiert aufgebaut ist und da kann jeder mitmachen. Und das macht den Teilnehmern Spaß, das macht den Trainern Spaß, das macht einfach komplett allen Spaß und man hat einfach ein geiles Kursformat. Also ja, jeder ist glücklich. 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 8, 8 5, 7, 8 9, 8, 9, 9, 9, 10 10, 10 10, 12, 12, 13, 13, 14, 15 15, 16, 14, 16 13, 19 14, 16 13, 17 15, 15 16. Vielen Dank.